Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns als Necrolorder spielen können. Und zwar heißt das Mount gepanzerter, kriegsgezüchteter Taurerlust. Und diesen bekommen wir, wenn wir die Kampagne bei den Necrolords einmal komplett bis zum Ende durchspielen. Heißt, die Kunst des Krieges müssen wir 9 von 9 Kapiteln abschließen. Und ganz am Ende mit der letzten Quest bekommen wir das schicke Mount. Was müssen wir dafür machen, um dieses letzte Kapitel abschließen zu können? Und zwar müsst ihr eure Ruhmstufe da ein bisschen erhöhen. Ihr müsst nämlich die Ruhmstufe 22 erreichen. Sobald ihr 22 habt, könnt ihr dementsprechend die Quest machen. Die letzte Quest ist ja das Haus der Rituale anzugreifen. Das ist ein recht cool gemachtes Szenario, das hier unten startet. Einfach hinlaufen, also ihr müsst natürlich vorher die Quest hier annehmen, hinlaufen. Das Szenario spielen. Am Ende müsst ihr zurückkehren zum Sitz des Primus. Und da bekommt ihr dann das Mount. Übrigens, wenn ihr jetzt einen anderen Covenant habt, wird es wahrscheinlich bei den anderen Fraktionen genauso sein, dass ihr auch einen Mount als Abschluss bekommt. Ich werde meine Twinks demnächst durch die Kampagne der anderen Covernants noch ballern. Und dann werden wir uns die Mounts auch angucken. Aber jetzt erstmal hier den schicken, gepanzerten, kriegsgezüchteten Tauralus. Ich würde sagen, den lernen wir einmal. Und dann geben wir hier mal Tauralus ein. Und ihr seht, es gibt hier noch einen Haufen weitere. Einen hatten wir ja schon am Anfang der Kampagne bekommen. Das war hier der kriegsgezüchtete Tauralus ohne Rüstung. Jetzt haben wir den mit Rüstung. Und ich muss sagen, mit der Rüstung macht es halt nochmal so viel mehr her. Und das ist ein richtig, richtig cooles Mount. So ein Model gab es vor Shadowlands noch nicht. Und ja, definitiv. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, dass der so rumspringt. Der sieht halt so böse aus und dann springt er so erzückt rum. Also ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr cooles Mount an der Stelle. Das hier ist jetzt so ein bisschen dunkellila, gräulich gehalten, hätte ich mal gesagt. Es gibt noch ein paar andere Versionen. Die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Tauralus. Und zwar haben wir dann hier noch ein bisschen einen weißlicheren. Dann haben wir den gleichen mit einer Panzerung. Dann haben wir quasi verschiedene Panzerungen. Einmal hier so ein bisschen bräunlicher. Dann ein bisschen, ich würde sagen, ja, das ist so ein bisschen Metallfarben. Dann haben wir nochmal einen mit so einer grünlichen Panzerung. Dann hier, der ist auch nochmal, der ist ein bisschen gräulich, oder? Wenn ich jetzt mal überlege. Ja, der eine ist weiß, der ist so ein bisschen grau-grün. Und den letzten, der ist nochmal so ein bisschen bräunlich. Also es gibt relativ viele. Einige davon kann man drin auch beim Händler kaufen und oder droppen von Rare Mobs, die man demnächst noch alle abfarmen kann. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich werde zu den anderen Mobs natürlich auch noch Videos aufnehmen, sobald ich die Mobs habe. Dann gibt es da noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Für das Video soll es das erstmal gewesen sein. Und wie gesagt, sobald ich die anderen Kampagnen durch habe, zeige ich euch natürlich die Mobs auch noch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.